Hallo Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von What's up to Tomb Raider? Wir sind stehen geblieben bei Stille Nacht. Klettern sie auf die Kathedrale, um den Eingang zu finden? Ach, ja, ich hab ein bisschen länger nicht gespielt, deshalb muss ich jetzt erstmal... Ah, okay, hier vorne müssen wir lang. Aktuelles Einsatzziel. Gut, dann machen wir das natürlich, ne? Eine Kante greifen. Ja, das ist mir schon klar. Ah, okay, hier hoch. Gut. Ah, okay, ich weiß, wo wir sind. Alles klar. Komm, hoch. Scheiße, verdammt. Oh, ein Tod. Ja, genau, das war ja hier, wo wir... Wo diese... Trinity-Leute komplett... Mit Spezialrüstung verkleidet waren. Die uns richtig auf den Sack gegangen sind. So, warte mal, wie komm ich denn jetzt wieder hoch? Ach, da vorne. So, ich springe einmal hier hoch, bitte. Oder auch nicht. Okay. Hey, Pfeile? Komm, nimm. Ich kann hier noch irgendwelche produzieren. Ja. Noch welche? Nein. Okay. Ey, das schaffe ich doch nicht. Oder sprinten? Äh, äh. Ja, was ist das denn? Was ist das? Das geht doch nicht. Oder kann ich diesen Anker... Ankerhaken... Enterhaken... Kann ich den verwenden? Geht das? Also, ich muss definitiv da hin. Es ist natürlich nur die Frage, wie ich das hinbekomme. Oder kann ich die wirklich irgendwie... Warte mal. Nein. Okay, ich glaube mal, Viereck war das, ne? Wie ich den einsetzen kann. Oh, das ist ja echt deprimierend. Vielleicht schon am Anfang so eine Flaute. Okay. Okay. Jetzt aber. Also, ich habe mir jetzt überlegt, wir machen jetzt einfach mal Story straight durch. Und, äh, wenn da noch Zeit ist... Ah, siehste mal. Dann, äh, machen wir die Nebenmission. Ich denke mal, das ist eigentlich ganz von Vorteil. Und im Interesse von jedem. Eventuell. Der sich das anguckt. Sehr gut. Okay. Da ist ein Basislager. Ah, warte mal. Hier ist doch noch ein Dokument. Das lesen wir erstmal. Mein Vater wird vermisst. Letzte Nacht habe ich ihm von den Invasoren erzählt und den Waffen, die sie verwenden. Bei Sonnenaufgang war er fort. Cyril sagte mir, er würde zurückkehren. Aber der Tag ist fast um und niemand hat ihn gesehen. Ich fürchte, dieser Dummkopf hat etwas Unüberlegtes getan. Wir brauchen ihn. Jetzt mehr als je zuvor. Hm. Einer von ihnen ist verschwunden. Er scheint eine wichtige Person gewesen zu sein. Vielleicht finden wir den hier auch. Kann ich am Basislager noch irgendwas machen? Upgraden? Fähigkeiten. Ja gut, okay. Gucken wir das nochmal an. Einen Fähigkeitspunkt können wir verteilen. Machen wir am Kämpfer. Adrenalin. Erledigen sich nach einem erfolgreichen lautlosen Kill. Kurzzeitig können... Ja, das machen wir einfach mal. So. Dann... Gucken wir mal. Waffen. Kann ich da noch irgendwas upgraden? Der Bogen, den wir haben, der war ja am besten. Hier fehlt uns noch... Fehlen uns noch drei... Teile von der Waffe. Kann ich hier was upgraden noch? Was haben wir denn hier? Rückstoß. Munitionskapazität. Das machen wir doch mal. Schön. Ach, ich kann ja noch mehr machen. Okay, was verwende ich da auch noch? Den Enterhaken. Den können wir auch noch ein bisschen upgraden. Verstärkter Schaff. Verstärkter Schaff. Mit Schlaufe? Was bringt uns die denn? Äh, äh, äh. Hörst du auf, sterbe von Türen und Tun? Ja, machen wir das doch mal. Verstärkter Schaff wäre eigentlich auch gar nicht mal so schlecht gewesen. Aber egal. Gut, wir wollen uns ja nicht beschweren. Jetzt ist die Frage, muss ich jetzt hier lang oder muss ich jetzt... Ah, ich muss da lang. Warte mal, dann gucke ich mal eben gerade nochmal hier hinten. Hier unten. Nicht, dass ich hier irgendwie was... Oh Gott. Nein, 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 nein. Scheiße, was ist da? Ah, es ist dein Ernst. Du, kacktisch, du. Komm nur her. Oh Mann. Ja, komm. Wir können ja auch jetzt gegen dieses... Boah. Ey, warte. Oh nein, jetzt haben die anderen mich auch... Boah. Oh nein. Boah. Wo, 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 wo. Boah, wo, wo. Wo seid ihr? Wo sind die? Hä? Woher sind die? Hä? Ich seh die nicht. Wo sind denn die? Ach, warte mal. Das ist doch die richtige Seite. Oh, verdammt. Warte mal. Ach. Ach, ich bin ja ein bisschen blöd. Das ist ja der gleiche Weg. Ja gut, okay. Hä? Ich seh die aber nicht. Wo sind die denn? Egal, komm. Wir gehen erstmal hier lang. Gucken uns das mal hier mal alles in Ruhe an. Vielleicht denken wir, wir sind dann abgehauen oder so. Wer weiß. So, gehen wir mal hier hoch. Eine dünne, geriffelte und zerbrochene Pfeilspitze. Hm, kommt mir bekannt vor. Die Form erinnert an in Amerika gefundene Pfeilspitzen. Diese Technik war wohl auf der halben Welt verbreitet. Oh. So. Sprachkenntnis erhöht. Schön. Nein, warte. Zurück, bitte. Bitte geh mal zurück. Da war doch noch was. Hier, Holz. Holz ist immer gut. Wo bist du, Vater? Äh. Warte. Ist das überhaupt richtig? Ich hab ja wohl keine Ahnung. Gehen wir einfach mal davon. Oh nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein. Oh. Was für ein... Blöd Mann, ey. Kann ich mich hier heilen? Nein, natürlich nicht. Ja, toll. Das ist ja voll blöd. Der steht ja hier. Dann... Komm, einmal kurz nach oben. Und... Weg, 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 weg. Oh, was ist denn... Shit, Problem. Komm her. Ach, ich kann mich nicht heilen. Was für ein Scheiß. Naja. Gut. Jetzt vielleicht? Ne, das bringt mir ja auch nichts. Okay. Sehr schön. Jetzt hab ich nur keine Ahnung. Wo muss ich denn lang? Jetzt muss ich da lang. Okay, es war doch der richtige Weg. Kann ich da so hinspringen? Ja, ich weiß es nicht. Das ist aber auch... riskant. Na, wenn man nicht genau weiß, ob man den Haken jetzt anwenden muss oder nicht. Also, was haben wir hier liegen? Hey, untersuchen. Wir haben von der Ankunft des Propheten in Konstantinopel gehört, ihr aber keine Beachtung geschenkt. Die große Stadt hat schon immer Wahnsinnige und Scharlatane angezogen. Wir hörten von den wundersamen Taten des Propheten, suchten ihn aber nicht auf. Doch dann hörten wir, wie seine von reiner Wahrheit erfüllten Worte durch das Konstantinsforum halten. Er behauptete, nicht für Gott zu sprechen und dass kein Mensch dies könne. Seine Weisheit war offenkundig und niemand im Forum konnte leugnen, dass er die Wahrheit sprach. Ich muss mehr über ihn erfahren. Ich muss ihm wieder zuhören. Hm. Und dies ist das Manifest eines Anhängers des Propheten von Byzanz. Ja, Mensch. Das ist aber echt interessant. So, okay, hier hoch. Und vor allem die Frage ist, wie kommen denn Konstantin und Anna, Anna, wie auch immer sie heißt, die gute Stiefmutter von uns, in welcher genauen Verbindung stecken die? Also, dem wurde das ja anscheinend schon von Kindesalter an quasi eingeprügelt. Dieser, in Anführungszeichen, sagen wir es mal, Sekte, äh, derelbe Glauben, wie auch immer, anzugehören. Anzugehören? Ja. Wow. Okay, jetzt bloß nicht runterfallen. So, spring mal rauf. Oh. Oh nein. Oh nein. Hey. Okay. Schön. Ja, wie komme ich denn da jetzt wieder hoch? Muss ich jetzt wieder den Enter haken? Oh, ich weiß das nicht. Nein. Was ist denn ein Problem? Ey, du hackst mich nicht. Ey, wie ungerecht das doch ist. Ich muss mich hier auf dem Sprung vorbereiten. Komm, wir machen es einfach mal. Das war, ja. Sah auf jeden Fall sehr gekonnt aus. Äh, nicht. Okay, wehe. Hier kommt jetzt noch einer. Aber gut, jetzt kann ich auch Medizin machen. Wiederherstellen. Warte mal, wo waren jetzt die Leichen? Waren die nicht hier? Ist Holz? Ich wollte eigentlich ein bisschen booten. Funktionieren natürlich nicht. Oh, schade. Okay, dann, ähm. Mal hier lang. So. Müssten wir da drauf? Ich weiß es nicht. So, es ist ein Squid-like. Und dann da unten ist ein... Heuballen. Heu-Heuwagen. Nein, lieber nicht. Ich bin einfach mal hier lang. Wow. Oh, nein, nein, nein. Ach, Gott. Crazy. Ich fand das echt ein bisschen schade, dass Rise of the Tomb Raider erst mal für die Xbox rausgekommen ist. Und dann hat man dann Monate gewartet. Ja, finden sie einen Weg in die Kathedrale. Das mache ich natürlich. Und man musste Monate warten, bis es dann für die Playstation rausgekommen ist. Das ist sehr, sehr, sehr schade. Ein bisschen, äh, Mobbing, fand ich das. So, hier ist doch irgendwie bestimmt irgendwas, was mich töten möchte. Also gleich bestimmt. Ob der Konstantin in der Kathedrale ist? War das Anna? Ja, das war bestimmt Anna. Wir sind auf der unteren Ebene, aber es gibt ein neues Problem. Wir haben die Nachwuchsverlängerung. Was heißt Verloben, Commander? Fall zum Kontakt, kein Sichtkontakt, nichts. Dann machen sie ohne sie weiter. Das sind ja missionsklammende Formel. Es wird sich wieder unmutig, wenn sie ihr Ziel ohne sie erreichen. Nein, ich glaube nicht, dass wir hier allein sind. Wir brauchen praktische Unterstützung. Nein, wir haben mit diesem Tal schon alle Hände voll zu tun. Wenn sie glauben, verfolgt zu werden, machen sie schneller. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Ist da oben schon jemand? Okay, ich muss mal eben gerade Munition abchecken. So, kann ich hier noch irgendwas? Nö. Also Munition sieht ja eigentlich ganz gut aus. Ich sollte vielleicht auch mal hier die Spezialpfeile auch mal öfters einsetzen. Ich kann mal, die sind auch ganz von Vorteil. Ich muss ganz vorsichtig mal gucken. Er muss da unten sein. Ich bin unbewahrt. So halbblütig bist du nicht, Lara. Andererseits, weiß ich, ob du mich nicht abgedrückt hast. Er schieß nicht und meine Männer töten dich in derselben Sekunde. Das ist das Einzige, das sie besser können als du. Sei still, Anna. Keine Bewegung. Du kannst nirgends hin. Tötet sie! Los! Los! Oh shit there. Jetzt nirgendsherst! Liste Maschinenartet! Ich wollte... Überleg dir mein Angebot, Lara, bevor es zu spät ist. Es war schon zu spät, als du meine Familie verraten hast. Ich hole mir den Atlas, Anna. Irgendetwas schlachtet meine Männer da unten ab, Lara. Wenn sie ihn nicht finden, dann du auch nicht. Was zur Hölle? Kraft ist auf dem Weg. Tötet sie und bringt mir den gottverdammten Atlas. Eingang zum Archiv finden. Also das war jetzt eben gerade eine richtig krasse, coole Szene, muss ich ehrlich sagen. Und ihre Pistole, die sah jetzt irgendwie ein bisschen sehr überdimensional groß aus. Hm. Aber irgendwie haben wir... Theoretisch haben wir sie ja jetzt... Wow, was ist mit dir passiert? Haben wir sie ja eigentlich gerettet, oder nicht? Die Anna. Die wäre ja ansonsten mit runtergefallen. So, ich guck mal eben gerade, kann ich hier irgendwie was... Ja, guck mal. Guck mal an. Hier haben wir noch Federn. Das ist ganz gut. Ich möchte ehrlich gesagt nicht hier auf diese Viecher treffen. Croft macht uns weiter Schwierigkeiten. Sie hat die Talbevölkerung aus ihren armseligen Hütten geholt und zu mehreren Siegen geführt. Ich wünschte, ich könnte ihr klarmachen, wie falsch sie liegt. Wie fehlgeleitet ihre Moralvorstellungen sind. Notlösungen helfen der Welt nicht mehr. Ein einzelner Held rettet sie nicht. Die Idee, die göttliche Quelle der Welt zu zeigen, wäre lächerlich, wenn sie nicht so gefährlich wäre. Hab ich geglaubt, man könnte sie auf Trinities Seite ziehen? Ja. Aber jetzt nicht mehr. Wir waren uns nah, sie und ich. Es gibt eine Bindung. Aber... Aber ich... Fürchte, es gibt keine andere Wahl. Sie muss gebrochen werden. Und es ist möglich. Ich habe schon stärkere gebrochen. Hm. Ein Teil von Annas Tagebuch. Sie hat es aufgehoben... Äh, aufgegeben, mich auf ihre Seite zu ziehen. Und jetzt will ich sie... Jetzt will sie mich brechen. Na dann, viel Erfolg, Anna. Ich warte auf dich. Hm... Naja, jetzt möchte sie uns ja tot sehen. Aber es ist schon interessant, dass die Anna auch gewisse Gefühle für uns hat. Eigentlich erstmal zum Schein, zweckmäßig quasi. Und jetzt... Das ist er. Das muss er sein. Uh. Oh, das ist so cool. Jetzt wird's echt richtig spannend. So. Ähm. Ich bin Anna jetzt voraus. Aber ich weiß nicht, wo ich hier hinein geraten bin. Noch etwas anderes haust hier in der Dunkelheit. Ja. Aber ich mache weiter. Ich bin schon zu weit gekommen. Anna glaubt, sie kennt mich. Und das tut sie wohl auch irgendwie. Aber sie weiß nicht alles. Und solange sie mich weiterhin unterschätzt, könnte ich noch die Oberhand haben. Aber nur vielleicht, oder? So, dann machen wir das hier noch. Versteckter Schaft. Wurde ich die Rüstung gefallen? Dann... Ja, okay. Das ist ja schön. Boah. Also ich bin jetzt echt ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Was uns jetzt gleich wohl erwartet. Ein altes Wandbild. Und diese Gefäße. Griechisches Feuer. Ah, hier. Dieser Geruch. Oh nein. Lebendig verbrannt. Wow. Boah. Schaut euch das mal an. Was zur Hölle ist hier passiert? Wow. Oh Gott. Schmerz. Warum nur... Kann ich... S... Gott. Nicht so... Ich kann ich... Guck... Nicht so... Schmerz. Warum nur... Ja... Er... Tu es... Schnell... Das... Oh Gott. Ja, sorry. Okay. Besser so als... Wer könnte das getan haben? Dass er sich quält. Was zum Teufel ist das? Mann. Diese Gefäße. Da ist immer noch griechisches Feuer drin. Ob es wohl noch entzündet werden kann? Kann ich mir das noch angucken? Ja, wir haben ja die Spezialpfeile. Ich würde mal vorschlagen, das machen wir jetzt. Ähm... Genau. Okay. Wir müssen auf jeden Fall in den Atlas holen, bevor es Trinity tut. Und wir werden bestimmt auf... Geheimnisvolle Kreaturen stoßen. Direkt an... Anscheinend ja... Die haben ja mal irgendwas gesagt, dass die unsterblich wären. Oh... Oh, ich seh's schon. Seht ihr das? Überall diese... Griechischen... Feuerbehälter. Das kann nicht gut gehen. Das kann definitiv nicht gut gehen. Seit einem Monat gehe ich ins Forum, um dem Propheten zuzuhören. Ich trage einfache Kleidung. Für den Sohn eines großen Hauses wäre es ungebührlich, hier gesehen zu werden. Es gibt Gerüchte, dass die Patrizier und die Kirche des Westens den Propheten zum Schweigen bringen wollen. Ich kann nur zuhören und die Worte des großen Mannes wiedergeben. Kein Mensch hat je die Wahrheit über Gott gesagt, da kein Mensch sie kennen kann. Das Herz eines Bauern oder Soldaten ist von heiligerer Natur als die Herzen von Fürsten und Kaisern. Wir alle werden von jenen getäuscht, die vorgeben, im Namen des Schöpfers zu sprechen. Kein Mensch spricht für ihn, da seine Stimme der Himmel, das Wasser und der Lauf der Welt ist. Ja, das Zeugnis dieses Apostels deutet an, dass der Prophet in Konstantinopel Bedeutung erlangt. So. Wo müssen wir genau hin? Also wir müssen auf jeden Fall den Atlas jetzt holen. Vielleicht werden die Statuen, vielleicht werden die ja lebendig. Aber Leute, wisst ihr was? Das machen wir in der nächsten Folge. In der nächsten Folge geht es weiter, wenn es wieder heißt Rise of the Tomb Raider. Ciao. Ciao. Au. Untertitelung des ZDF, 2020